Alter! Featuring MC Hasan. Vielleicht haben es einige mitbekommen, MC Hasan ist der Hasan, ein Charakter, den Bülentşelan spielt bei seiner Live-Show. Also ihr kriegt nicht Bülentşelan, sondern ihr kriegt Hasan, also den Türsteher Hasan, den Proll Hasan. Und das ist eine witzige Sache. Produziert ist das Ganze von Fat Crispy. Und das ist ein Track, der ein türkisches Sample hat bzw. nachgespielt ist von einem ganz bekannten türkischen Lied. Und die Thematik ist auch ein bisschen wie bei Quotentürke so, ey ihr wollt den haben, ihr wollt den Hasan haben, ihr kriegt den Hasan. Aber auf ganz witzige Weise. Und Bülentşelan hat tatsächlich gerappt und es ist ein wahnwitziger Track und der geht auch sehr nach vorne, sehr schnell und ich höre ihn wahnsinnig gerne. Der Beat zu Alter ist quasi unsere Neuinterpretation von dem orientalischen Hochzeitsong Lorke Lorke. Wir haben allerdings die Melodie noch etwas anders eingespielt und den Beat passend auf Echo zugeschnitten. Da der Track ja auch eher in Richtung Comedy geht, haben wir versucht das nochmal musikalisch zu untermalen. Es ist auf jeden Fall eine witzige Abtempo-Nummer geworden und der inoffizielle Nachfolger von Quotentürke.